Lässig gemacht, lange gewartet, aber der Ball war über der Tor auf Linie schon. Vastic, über rechts einmal. Melich, Strafner, Martens. Und Kotzian, noch eine Chance, Tor! Unglaublich! Domislav Kotzian macht's möglich, da bleibt mir die Sprache weg. Joi, joi, joi. Also die Franzosen werden dem Domislav Kotzian nach dem Spiel, glaube ich, ein super Angebot machen, wenn der so weitermacht. Sturm führt neuerlich. 3 zu 2. Was für ein Fußballabend heute. Das Ganze geht von Martens aus. Kurze Abwehr. Kotzian startet rechtzeitig. Aufgleich erhöht. Diesmal war die Fahne nicht oben. Und vorbei an Torratto zum 3 zu 2. Zum zweiten Treffer von Domislav Kotzian in diesem Spiel. Und sechs Minuten vor Schluss ist Sturm wieder in Führung. Jetzt Freistoß für Marseille. Das ist der Torschütze. Der Mann des Abends. Kommislav Kotzian. Kräfte bringen wir zum Zweifel, der Nummer 21. Kommislav Kotzian!